Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Alfred Brehm, die Tiere. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Anmerkung zu den dunklen Phasen unserer Geschichte habe ich Stellung genommen im Vorwort zum Kapitel 1. Bei Interesse empfehle ich dort zuzuhören. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Außerdem will ich Wissen über Naturwissenschaften und Technik ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Alfred Brehm und die Tiere Zunächst zur Biografie Alfred Edmund Brehm wurde am 2. Februar 1829 in Unterrentendorf in Ostthüringen geboren und starb am 11. November 1884 auch hier. Er war ein bekannter Zoologe und Schriftsteller. Berühmt wurde er durch sein Hauptwerk, eine zehnbändige Enzyklopädie der Tierwelt, Brehms illustriertes Tierleben, die von 1863 bis 1963, also 100 Jahre lang, in vielen Auflagen erschien. Er war Sohn des Pfarrers von Unterrentendorf, Christian Ludwig Brehm, 1787 und 1864 und seiner zweiten Ehefrau Bertha. Der Vater selbst hatte ebenfalls das Hobby Ornithologie. Trotz seiner geförderten Naturliebe machte er zuerst eine Maurerausbildung mit Abschluss 1846 und begann dann in Jena ein Architekturstudium. Dieses brach er 1847 ab, da der Vogelkundler Johann von Müller einen Begleiter für eine Afrikareise suchte. Obwohl dann versprochene Gelder ausblieben und von Müller zwischenzeitlich abreiste, führte Brehm die Expedition weiter und kehrte 1852 mit einer großen Sammlung lebender und geschossener Vögel zurück. Das brachte die erste wissenschaftliche Anerkennung. 1853 bis 1856 studierte er Naturwissenschaften in Jena mit Promotionsabschluss. 1856 bis 1858 erbrachte eine Spanienreise erneut eine ornithologische Sammlung. 1860 folgte eine Expedition nach Norwegen zum Studium der nordischen Tierwelt. Weiteres zur Biografie von Alfred Brehm. 1862 heiratete Brehm seine Cousine Mathilde Reitz. Das Paar hatte zwei Söhne und drei Töchter. 1878 verstarb Mathilde im Alter von nur 38 Jahren. 1862 bis 1863 unternahm Brehm mit seiner Frau eine zweite Afrikareise im Gefolge des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha nach Abyssinien, also Äthiopien, was jedoch mehr eine höfische Vergnügensreise als Feldforschung darstellte. 1863 wurde er erster Direktor des neuen Zoos von Hamburg, allerdings 1866 vom Verwaltungsrat wegen unterschiedlicher Ansichten entlassen, also Streit mit den Hanseer hatten. Ab 1863 erschien die erste Auflage von Brehms Tierleben, welches durch populärwissenschaftliche Darstellungen der Bevölkerung die bekannte Fauna umfassend nahe bringen sollte. Die volkstümliche Beschreibung der Verhaltensweisen der Tiere hatte eine breite Wirkung und das Buch stand in nahezu jedem bürgerlichen Bücherschrank. 1869 wurde nach Brehms Ideen das Aquarium unter den Linden erbaut, in Berlin hier im Bild. Es zeigte auf einer Gehstrecke von 300 Metern einen Querschnitt der gesamten Tierwelt in naturnahe Darstellung. In Berlin blieb er Direktor bis 1878. Hier ein schönes und wie immer auch lehrreiches Bild aus Brehms Tierleben. Noch weiter zum Abschluss der Biografie von Alfred Brehms. Es folgten Reisen mit Sammlungen von lebenden und geschossenen Vögeln 1871 nach Kroatien, 1874 in das Riesengebirge, 1876 nach Sibirien, 1878 nach Ungarn, 1879 nach Spanien und 1883 bis 1884 seine letzte Vortragsreise in die USA. Der Schmerz über den Tod seines jüngsten Sohnes 1884 an Diphtherie und eine Malaria aus der Jugendzeit schwächten ihn. Am 11. November 1884 starb er in seinem Heimatort. Zum Werk von Alfred Brehm und seiner Wirkung. Brehms Tierleben war der erste Versuch einer enzyklopädischen, zusammenfassenden Darstellung der Tierwelt zu Lande, zu Wasser und in der Luft im deutschsprachigen Raum und wurde zu einer Institution, nicht nur für das Bürgertum. Mit Zeichnungen und ab der zweiten Auflage auch mit Kolorationen, hier ein schöner farbiger Traum vom fernen Afrika, sowie später Farbtafeln und volkstümlicher, einfühlsamer Beschreibung der Arten, wurde bei vielen Menschen Kenntnis, Verständnis und die Liebe zur Tierwelt geweckt. Charles Darwin erklärte die Zeichnungen und die Farbtafeln zu dem Besten, was er gesehen habe. Weiter abschließend zum Werk von Alfred Brehm und seiner Wirkung. Es gab natürlich auch Kritiker, diese bemängelten bereits damals die vermenschlichende Darstellung von Tieren. Durch die Verhaltensforschung von Conor Lorenz und seiner Schüler konnte erst 100 Jahre später das Verhalten von Tieren besser eingeordnet werden. Aber auch die modernen Zuanlagen in Hamburg, Berlin und Düsseldorf zeigten Brehms volkspädagogische Zielsetzung. Daneben publizierte er einige wissenschaftliche, biologische Arbeiten und wurde, wie sein Vater, Erstbeschreiber mehrerer Vogelarten. Zum Abschluss dieses Kapitels verweise ich auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren deutsche Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi Dr. Hans-Jürgen Alexi